So, liebe Leute, heute ist der 26.02. Es ist jetzt ungefähr 22 Uhr. Ich warte gerade auf meine Freundin. Ich habe in letzter Zeit ziemlich oft warten müssen, was ich nicht so toll fand. Also ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass hier vieles entweder langsamer oder halt in andere Richtungen verläuft und so weiter. Ansonsten, was habe ich in den letzten Tagen gemacht? Ich war nochmal an der Uni, weil ich nicht sicher war, ob ich matrikuliert bin oder nicht, was ich jetzt wahrscheinlich erst am Montag sein werde, weil am Montag geht die Uni los. Da wird auch eine Einführung an der Uni sein. Ansonsten, was habe ich sonst so gemacht? Eigentlich nicht viel. Ich habe versucht zum Arzt zu gehen, was natürlich nicht funktioniert hat, weil alle Krankenhäuser immer zu hatten, wenn wir da gewesen sind. Oder lustigerweise es nicht angenommen wurde. Also meine Krankenversicherung, keine Ahnung, jemand hat gesagt, nö, funktioniert nicht. Ansonsten, ich war gestern mehr oder minder auf dem Karneval. Da ging es um Brega, das ist eine Musikrichtung. Die Leute sollten sich halt wie Männer oder Frauen anziehen, die Brega haben. Für mich hat das mehr oder minder was von 80er Jahre Zuhälter und Pimp-Style. Also Frauen und Männer, die halt wie Nutten und Zuhälter gekleidet waren, so ein bisschen 80er Jahre mäßig. Aber naja, ihr seht, ich schwitze sehr stark. Das liegt einfach daran, dass ich ganz viel Zeug anhabe, weil heute ist nämlich auch wieder Karneval. Wir gehen hoffentlich noch auf eine Party, wofür ich 35 Euro bezahlt habe. Finde ich sehr teuer. Ich hoffe, es lohnt sich. Ansonsten, ich werde als Clark Kent gehen. Ganz einfach aus dem Grund aus, es gibt viele Leute, die unter Garantie als Superman gehen. Aber da ich kein Geld habe, beziehungsweise auch keine Lust hatte, viel Geld auszugeben, habe ich mir halt nur ein Superman-T-Shirt gekauft. Und hier insgesamt als Clark Kent frei, ist ja klar. Ja. Ansonsten, ja, ein bisschen getrunken habe ich auch schon. Mir ist langweilig. In den nächsten Tagen, wahrscheinlich morgen, werde ich wieder abchillen. Ansonsten habe ich nicht viel zu erzählen. Ich habe halt ein bisschen was an meinen Sachen gefummelt. Ich bin jetzt auch gerade dabei, zwei Videos zusammenzuschneiden noch, die ich dann später hochladen werde. Ansonsten habe ich eigentlich nicht viel zu erzählen. Es ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass ich Geld ausgegeben habe. Und das freut mich jedes Mal. Nicht? Und, ja, mal gucken, wie Karnaval heute ist. Ich nehme auch die Kamera jetzt mit gleich. Werd die, hab ja noch irgendwie 100 Minuten oder so zum Aufnehmen, dann schauen wir mal. In dem Sinne grüße ich euch alle ganz, ganz lieb und herzlich und seid gegrüßt. Und natürlich auch meine Mutti und mein Pfaddi. Und bis zum nächsten Mal. Arevidea, ciao, 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 ciao,